... dass Sie dadurch Ihre Flucht behindern würden. Weitere Informationen finden Sie auf der Sicherheitskarte, die sich an Ihrem Sitz befindet. Der Kapitän lädt Sie ein, die Schützkarte aufmerksam zu legen. Vor dem Abflug bitten wir Sie, sich zu vergewissern, dass Ihr Gurt fest sitzt, Ihr Klapptisch aufrecht und gesichert ist, die Arme neben unten und die Fensterläden vollständig geöffnet sind. Laptops und andere elektronische Geräte dürfen am Markt benutzt werden, aber erst nachdem ein Anschlusszeichen erloschen ist. Die Benutzung von St-Linten-Telefonen und zwei Wegepagen ist ständig untersagt. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020